Okay Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von der Stanley Parable Ultra Deluxe. Beim letzten Mal, oh mein Gott, schaut euch die letzte Folge an, wir haben das echte Ending gefunden, mit Credits und allem drum und dran. Und heute machen wir uns an die zwei letzten Endings, I don't know. Wir fangen erstmal mit dem nicht ganz so spektakulären an, I think, ich weiß es nicht. Wir nehmen den Eimer mit und gehen erstmal straight forward den Standardweg, um nichts zu verpassen. Das letzte Mal statten wir dann hier oben, konnten wir auf Stanley runtergucken, während die Credits laufen. Mega, mega cool. Und wir machen jetzt das normale Standardending, indem wir auf ihn hören. Das heißt, wir gehen hier lang, nach oben. Genau. Hier rechts. Jetzt, das letzte Mal sind wir ja hier wieder rausgebackt und haben irgendeine Pepselpot gefunden, keine Ahnung. War auf jeden Fall weird. Ich hab's jetzt in meinem Kopf, Leute, den Code. Ich muss jetzt nie wieder nachgucken. Nee. Ja. Und unten müssen wir dann bei der Mind Control Facility, gibt es mal wieder einen speziellen Stuhl, den es auch am Anfang bei uns beim Büro gibt. Und das zeig ich euch jetzt erstmal gleich so weit, wer durchgesucht wird. Pack mich, ob man hier irgendwie hin kann. Ob man hier laufen kann. Dann ist es. Laufen wir mal hier lang. Bist jetzt Mind Control Facility. Genau. Dieser Stuhl hier, glaubt es oder glaubt es nicht. Ja. Man kennt's. Ich kenn sogar noch ein Ending. Hat auch was hiermit zu tun, aber das ist halt nicht ganz so spannend. Ist halt eher witzig, aber... Kann ich euch gleich sogar noch reinschneiden. Oh. Ja. Können wir runterfahren. But just as Stanley was about to proceed further into the Mind Control Facility, he tripped and fell over the reeling and into the dark void below. Thankfully, he fell directly onto the bucket, which safely cushioned his fall. Now, what to do next, Stanley wondered. Stanley and the bucket could find no way out of this enormous pit. And so eventually, they decided that the best thing to do would be to simply get comfortable down here. Ja. Wir machen so gern die müde. So they set up a little couch and relaxed. It really wasn't so bad down here. A bit cold perhaps. Huh? After some time had gone by, they installed a few shelves as well. Das ist das Bild, was wir haben, wenn wir die Mind Control Facility verlassen. Nur abwaschen. Aber es war nicht so, als die Rugs und die standen Lampen kamen, dass es wirklich angefangen hat, wie ein Haus. In fact, after some time, Stanley realized, dass es seit Jahren, seitdem er sogar gedacht hat, dass er sogar gedacht hat, dass er das Mind Control Facility hat. Wir hätten theoretisch hier escapen und weiterlaufen, aber machen wir. Oh, ne Katze! Ich weiß nicht, was genau da steht. Nee, war es nicht. Wir haben neues Ende, Leute. Kein Mistake zu liefen. Aber spannendes Programm, ey. Da oben ist Partys. Ich bin hier oben. Heißt, wir können es doch hier hin setzen. Schön, Entspannung. War es das? Yo, cool. Dann snippe ich euch ganz kurz noch das andere Ende rein. Bis gleich. Er hat sich ein bisschen was verändert. Er talked jetzt an. This is a bucket. And indeed it was. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Er hat was anderes gesagt. Das hat mich ein bisschen verwundert. Ich schneide euch doch nicht. Er redet gar nicht mehr. Okay. Okay. Dann alles gut. Ich dachte, ich schneide euch jetzt ganz kurz. Und dann hat er halt angefangen, was anderes zu sagen. Hat mich halt so ein kleines bisschen gewundert. Weil Normalerweise sagt er immer was Bestimmtes, was auch so zusammenhängt. Diesmal hat er einfach was Wierderes gesagt. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Ich habe es schon wieder vergessen. Aber war halt anders als normal. Aber dann schneide ich euch doch nicht. Dann war dieses Ich schneide euch der Unnötigkeit, weil wir sind jetzt schon da. Okay. Und dann haben wir auch nochmal ein bisschen Zeit drin. Weil nachher geht die Folge nur 10 Minuten und dann, ich glaube, auch nicht so gut. Dafür, dass jetzt die letzte Folge ist. Ähm. Ja, keine Ahnung. Vielleicht mache ich irgendwann mal noch eine Folge. Aber vorerst ist das hier die letzte. Zwar, wir müssen erst mal ganz normal straightforward machen. Weiß auch nicht, warum ich die ganze Zeit drücke. Ich erhoffe mir irgendwas davon. Hinter uns? Nee, noch nicht. Irgendwann schließt sich das hinter uns. Camps gehen an. Werden eigentlich immer mehr Leute gefeuert. Der ist gefeuert. Oh, wenn ich mich hier drehen würde die ganze Zeit. Wird mir ja blöd. So. Der ist gefeuert. Der ist gefeuert. Der da oben ist Buggy, der Bildschirm. Habt ihr das gesehen? Direkt an der Lasche vom Eimer. Wenn es gleich umswitcht, seht ihr es. Da. Geht. Los geht weiter. Da hinten ist auch ein Bug. Genau, und jetzt schließt es. Und anstatt jetzt weiter zu gehen, öffnet sich anscheinend die Tür hier wieder. Ich dachte, ich könnte hier runterfangen. Wie lange muss man hier genau warten? Hallo? Ah, jetzt. Genau. Jetzt können wir hier zurück. Ich würde diesen Monitor hier nochmal gerne schauen. 5, 2, 8. Ja. Das ist etwas Besonderes, habe ich gehört, Mister. Wieder hier an der Lasche. Da. Hier können wir nicht drücken. Erstens können wir hier wieder raus. Nee. Licht können wir ausmachen. Genau. Eben wie gesagt, die machen Party um. There is no turning back. Never give up on your dreams. High resolution secret texture. Secret, secret, secrets. Go secret rangers, secrets all the way. Fisco secrets. William Hyde the best secrets. There is no turning back. Genau, und hier oben eine Party gemacht. Ja, das war es auch eigentlich schon. Danach können wir wieder die ganz normalen Endings erreichen mit dem Eimer, wenn ihr auf die Knöpfe drückt. Je nachdem. Und jetzt kommen wir zum Stanley-Figuren-Secret. Was? Gibt mir wieder creepy Vibes. Irgendjemand könnte hinter uns sein. So. Wir müssen ohne den Eimer dahin. Ich habe es verstanden. Ja, ja, klar. Ähm, wir gehen hier rechts. Ja, ja, haben wir da bei der Lounge. Genau, da will ich hin. Nein, eigentlich nicht. Ich will zum Cargo-Lift. Wie schon in der letzten Folge gesagt. Da geht's. Dann war einer für uns. Habe ich schon richtig aufgeschrieben. Ja, ja. Weiß ich nicht. Da oben sind immer noch die Ballons. Das ist auch cool, dass diese Ballons immer noch da sind. Von diesem einen Secret, was wir mal gemacht haben. Und falls ihr dieses Secret verpasst habt, schaut, ähm, schaut gerne mal in der Playlist nach. Ähm, da haben wir das geschafft. Genau. Und zwar, wenn wir hier mit dem Eimer sind, können wir hier nicht durch, weil no buckets. Und für uns geht's jetzt hier weiter. Und hier, die letzte Stanley-Minifigur. Yeah. This is a real accomplishment. This is doing something just for the sake of doing it. Where so many people expect to be rewarded for the most trivial achievements, you've insisted that a job well done is its own reward. I would tell you that I'm proud of you for collecting them all, but that would be like a reward, and we can't have that. So, instead, I'll just say, it's done. We're all done here, and now we can go to whatever the hell you were doing before you Genau, das tun wir jetzt auch. Denn hier gibt es auch noch mal ein Ending, was wir auch direkt mitnehmen. Einfach im Kreis. Da ist es mit der Tür. Achso, die geht auf. Bisschen Dark hier drin. Hm, was wollen wir? Was wollen wir für? Hier. Ja, das wäre schön, nicht wahr? Wenn wir hier gerade in diesem Moment bleiben, mit diesem Ort, Stanley, ich fühle mich glücklich. Ich fühle mich glücklich. Weiß ich nicht, ich komme mir eher ein bisschen... Ich warte jetzt, bis sie sich unberühren, vielleicht passiert irgendwas Spannendes. Leute, mit Epilepsie sollten sich das... Ich glaube, die Warnung ist schon längst top. Boah. Der sieht mega nice aus. Wuihue. Warten noch kurz. Ich kann auch nicht runter. What is our mission? Wird das kleiner oder täuscht das? Ich mach mal kurz meine Hände dahin. Wird klar... Oh, es löst sich sogar auf. Okay. Na, grüne Punkte, schön. Ähm. Geht's mal weiter. Mal wiederbleiben. Weiß ich nicht. Wird die sterben? Ich bin doch vorsichtig. So hoch. Please, Stanley, think about what you're doing. Nooo! Ah. Wir leben! Oh. Thank God. You lived. You had me worried there for a moment. Now, can we please get back to the other room? Ich bin auf einmal langsamer. Weiß ich nicht, ob ich das will. Ich komm mir da ziemlich doof vor. Jetzt wieder was anderes, wenn ich nochmal zurückgehe. Wir laufen jetzt auf einmal so langsam. Das stört mich ein bisschen. Gehen aber hoch. Oh. Oh, no. What do you do? Do you just not believe me? What can I say to convince you? Äh, du kannst gar nichts, kannst du sagen. Ja, jetzt hoch und fett. Stanley, let's go back to the other room. The other room. Can you do that for me? Ja, machen wir nochmal. Yes. Perhaps you can. Perhaps you finally see, what I'm talking about. Weiß ich nicht. Das sieht komplett bescheuert aus. I know you'll see. You'll see that we can't be happy if we leave this place. Ich glaube, die heutige Folge geht ein bisschen länger. Weil ich weiß, dass es noch was Besonderes gibt, wenn wir das Spiel neu starten. Jetzt, nachdem wir alle sechs Stanley-Figuren haben. Ich weiß, dass es ein spezielles Secret gibt, falls wir auf die Idee kommen sollten, das Spiel nochmal zu restarten, nachdem wir alle sechs Figuren gesammelt haben. Und dann... So richtig depressiv, das hörst du in seiner Stimme. Da drin wird es immer bescheuerter. Er sagt nicht. Ja, dauert noch eine Weile. Das war ja auch schon da. Da sind wir langsam. Bis nach da oben müssen wir wieder. Fragt mich, wie oft wir das machen können, bis ihr einfach das Game restartet. Woher dauert das lang? Also, wenn ihr... Nur mal... Spaß haben wolltet. Ja. Okay. Ähm... Ich überlege gerade nicht. Ich brauche das nicht schneiden. Wir sind schon oben. Okay. Man wird ja wohl noch überlegen dürfen. Und jetzt können wir wahrscheinlich gar nicht mehr laufen. Oh. Ist es vorbei? Es wird wieder starten, oder? Wie traurig er auf einmal ist. Der Arme. So, und jetzt, da wir alle sechs Minifiguren haben, sollten wir weiterkommen. Nein? I thought... Stanley, I'm sorry. Doch. Es war cool, die zu sammeln. Keine Frage, ja. Didn't it fill you to the brim with inner richness? Yes, I know we're supposed to be telling a story. But wouldn't you please indulge me with a lot more trip back to the memory zone? I would love nothing more than to... Krieg Elden Ring Vibes? Nur mit Bürostuhl. Ich glaube, so heißt die Folge. Ich glaube, so heißt die Folge. Elden Ring mit Bürostuhl. Wir waren hier schon mal, oder nicht? Wir waren hier schon mal, äh, mit den schlechten Steam-Bewertungen. Und jetzt wahrscheinlich was anderes. Gar nix. Game Rods. Da ist der erste Stanley. Wir gehen hin. Oh, wie viele gibt's davon noch, ganz ehrlich? Wenn da steht, du hast sechs von sechs. Gehst du davon aus, dass du alle hast? Was passiert, wenn ich hier runterfalle? Nee, I'll be honest. Back then I had no faith in you to find any of them, let alone six. But you continue to surprise me in all sorts of mundane, unremarkable ways. Okay, let's do a little quiz. Which of these rooms was the room you found your third mini-Stan? Can you remember? Nein. Ich glaube, aber er hier, weil er ist vor den Dingern. Ich glaube schon. Ja. Der war hier, genau. Achso, ja, kann sein. Und dann war das im Badezimmer. Ich kann mich auch nicht hier dran erinnern, aber... Okay, wir machen mal weiter. Die Tür geht auf. Kommen wir zu, Gerd. Wo ist der im Badezimmer? Das ist die schlechteste Power-Präsentation der Welt. Aber let's go. What's that over there? It's Mini-Stan 5! The Nerita, the Nerita, the Nerita. Stanley, the Nerita. Ah, das nimmt dich zurück, oder? Ich habe viel Zeit, das Video zu machen, aber es waren 8 Minuten, die ich nicht auf nichts mehr verwendet hätte. Acht Minuten hat das gedauert? Ja, das ist länger, als ich erwartet hätte. Ach ja. Ach, hier rechts geht es gar nicht weiter. Okay, ich dachte schon. Genau, das war der letzte. Der war hier rechts. Und dann, Stanley. Dann kamen wir zu der letzten collectible, der finalen Figurin. Right here by the red and blue doors. This memory is the most distinct and clear in my mind. Vielleicht, weil es derjenige war, der mehr recently than all the others. Mhm. Kann es sein, dass es vorgegeben ist, wie man die findet, oder kann man die in jeder erdenklichen Reihenfolge finden? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, damit ich das weiß. Und das sind alle von ihnen, sie sind alle zusammengelegt. Es war ein Moment, das war ein Moment, das war ein Moment, das war ein Moment, außer für die anderen Momente, bei den Figurinen, das war es genau wie es. Ähm, die blaue Tür. Ist das ein Jumpcircle? Alles, was ich sehe, ist auf dem Fernseher. Was ist das? Ähm, no, 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 I'm not done. I'm not ready to move on. Sorry. Stop the loading screen. Isn't there some way we can stay here, keep enjoying these figurines? Let's just go backwards. We'll do the memory zone again from the opposite direction. See how that feels. Geh durch rot diesmal. Okay, yes. The room with the red and blue doors. I remember this. I must say, of all the figurines we looked at, in our initial tour of the semester, this one is the most distinct and clear in my mind. Let's keep going, I want more. Bitte nicht das Video. And here is where I made that video. Don't you remember the video we watched? Ja, hu, yeah. Yes, I love that video. Ich finde das Video nicht ganz so nice, aber es ist okay. Still don't remember the pink room, Stanley. Still no memory of this one. Good room, though. A solid room. Ich kann mich auch nicht hieran erinnern. Auch, also gar nicht. Wann hatten wir denn das? Wir gehen einfach mal weiter. Wird schon ein Ride sein. Wie geht's denn da lang? Hier geht es nicht weiter. Ja, lol. Entschuldigung. Dann halt back, Rods. Noch einer, dann haben wir 18, dann haben wir alle dreimal gesandt. Das ist immer noch so ultimativ, weil alle Leute wollen das haben. Das ist der erste, den wir gefunden haben, in dem Exhibit, wo ich dich an den Figlarinen vorgebracht habe. Oh, ich will mehr Erinnerungen, Stanley. Ich will weitergehen. Was ist da noch? Was kam bevor dieses? Jump Circle! Ich liebe ihn zu sehen. Es ist der Terrible-neu-Kontent, die wir in der Vergangenheit verabschieden haben. Ich erinnere mich an, dann zu erinnern, aber Zeit hat ein Riesenfilter auf alles. In der Fall, ich darf sagen, dass ich eigentlich ziemlich fern von dem jetzt. Schau mal wie viel Spaß das Vergangenheit ist. Oh, ja! Die zwei Dörren! Wer hätte vergessen, dass das eine klassische Erinnerung ist? Das ist eine klassische Erinnerung, das ist. Das Video! Ich werde es nicht skippen, wenn es das ist. Ich war anders. Ich habe große Entscheidungen gemacht. Ich war sehr interessiert. Ich war skeptisch. Ich habe jede Entscheidung mit einer Profis-Geräusch geschehen. Und dann, irgendwo im Weg, ich habe keine Entscheidungen gemacht. Ich wurde ein Lazy und ich habe mit... Ich habe mit einem Charakter, der Stanley, um mich zu denken. Er machte die Entscheidungen, er würde entscheiden, welche Weg gehen. Ich würde ihn auf, als er sich nicht für eine Art Schilder erzeugte, Man lernt sehr viel über den Autor des Spiels, den Creator. Wir sind wirklich am Ende, oder? Okay, es ist anders, normalerweise senkt ihr einen Zettel. Ein Mann, ein Bucket, eine Chance, um ihre Zettel zusammen zu sehen. Stanley hat das Bucket festgelegt und hat die Tür auf seinem Lauf. Wenn wir jetzt in diesen Raum kommen, sind ja nicht mehr Stanley-Figuren da, weil wir haben ja alle gefunden. Was ist jetzt hier? Wir gehen noch kurz in die Besenkammer. Wir machen jetzt noch einmal das ganz normale Ending und dann würde ich sagen... Sind wir durch? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen an der Stelle... Ich bin ein bisschen gerade überfordert mit der Situation. Also wir hatten gerade auf jeden Fall noch ein richtigeres Ending als das mit den Credits. Aber wir gehen einfach mal weiter. Ja, wir machen das Ende jetzt noch einmal. Ich glaube, ich... Ich glaube, ich schneide euch das Ganze. Außer er sagt wieder was Besonderes oder so. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, es geht. Was the bucket under the mine control facility's influence as well? Had the bucket been told to do things, it didn't wish to do. What kinds of things does a bucket want to do, or not want to do in the first place? These questions raised furiously in Stanley's feeble mind. No! He screamed into the bucket. He couldn't accept it. His own life in some of our cases controlled never! He squeezed the bucket's letter. He's one friend in the entire world. At this point, he could trust him to accept the bucket. I see nix. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy, or sad, or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of this past began to sink in, Stanley decided that this machinery... Yeah, yeah, we're doing it. But at the last second, the bucket jumped in and pressed the button to turn on the controls. Stanley gasped in horror. Had this been the bucket's plan all along? To take over the machine and claim the power for itself? How could the bucket have betrayed him like this? Stanley was prepared to throw the bucket away in disgust. When suddenly, an image appeared upon the enormous screen. Yeah! Silly. Silly birds. The control buttons became active again. Stanley flipped through one video of silly birds after another. And then it dawned on him. This wasn't a mind control facility at all. It was a facility for monitoring and surveilling silly birds all over the world. The mind controls were only a facade to disguise its true intentions. Had the bucket known this all wrong? Stanley marveled at the metal genius in his hands. The one who had pointed him towards this incredible beast. Stanley and the bucket never found freedom because they spent the rest of their lives here in this place. flipping through live streams of the silly birds imaginable. Yeah. Of all the possible paths his life could have taken. This one was surely the best. He looks very exciting. He has so'n Ding da oben. Das sieht cool aus. Sind wir fertig? Ja. Wenn euch das Spiel gefallen hat, zeigt es gerne mit einer positiven Bewertung. Und wenn ihr ein Fazit wollt, schaut einfach durch die Folgen. Ich glaube, da kriegt ihr mein Fazit hin. Das Spiel ist mega, mega cool. Und ja. Vielleicht schauen wir irgendwann nochmal rein, wenn ich noch ein paar Enten finde. Ich werde auf jeden Fall nicht zwei Stunden lang auf den Knopf drücken, damit das Baby nicht ins Feuer gerät, nur damit wir einen Hund retten können. Und wir sehen uns dann zu einem neuen Projekt. Bis dann. Und ciao, ciao, Leute. Und man. Und da. ich leère Susann. ヽ ヽ ノ Untertitelung des ZDF, 2020